Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Mills Edge. Wir setzen das Spiel fort. Hab das Spiel schon wieder seit über einer Woche nicht angefasst? Ja, das ist doch total geil. Äh, ja, schubs mich um. Hab wieder keiner, was ich machen soll. Ich hab keiner, ob ich mit der Bandage, die ich anhab, spielen kann. Das wird jetzt viel interessanter. Oh yeah. Ah, genau. Das war A. Hier muss ich lang. Halt dich doch fest! Was? Das war doch gerade noch rot markiert. Was ist los? Hallo? Okay, ja. Töte mich. Töte mich. Aber das war doch gerade noch rot markiert. Komm, erzähl mir keinen. Ja, es ist rot markiert. Oh, du näherst dich mir. Ich bin nicht mehr rot markiert, damit du mich nicht benutzen kannst. Was? Komm, das... Ja, das ist... Ach, ich soll hier drüber. Ach, komm. Und wo soll ich jetzt hin? Okay, hier hin nicht. Gut zu wissen. Okay, äh... Keine Ahnung, wo muss ich hin? Ja, ich weiß, ihr tötet mich. Ich weiß, ihr tötet mich. Ach, das hier war die Schießentaste. Genau. Das war eine andere Taste. Gut. Äh, ja. Gut, das fängt ja toll an. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier. Äh, äh... Mädchen. Danke. Nein. Ja, das hab ich jetzt eh schon wieder verkackt. So. Ah, da bist du. Gib mir doch deine Waffe, Mann. Geht tot. Das war voll der Headshot, Mann. Danke. So, wo muss ich hin? Ich muss den Scheiß wegkommen. Äh... Hier kann ich nicht lang, ne? Nee. Äh... Nein. Ah, vielleicht hier lang. Ja? Nein? Nein? Springen? Ah, doch, hier lang. Hier lang ist die... Wow! Was ist los? Was ist los? Wo muss ich hin? Äh... Das sieht so verdächtig aus. Wenn ich da runterfall, bin ich tot. Das ist hier doch nicht richtig. Ah, drücken. Klar. Und was passiert jetzt? Ah. Ich fahre runter. Sehr schön. Aua. Hat bestimmt weh. So. Ich bin hier unten. Was will ich hier unten? Da durchklettern möchte ich. den Aufzug schafft. Öffnet die verdammten Türen. Äh. Ah. Bin ich jetzt? Ah, da muss ich lang. Runter, runter, mach auf. Jackknife hat wohl recht gehabt, dass Ropeburn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Aha, das... Das fragst du dich. Das ist schön, dass du dich durchschlaust. Ich versteig dein Signal. Such du einen Weg. Komm, rauf da. Rauf da, Mädchen. Und jetzt rüber da. Rüber. Oh Gott, halt dich fest. Okay, äh, ich muss... Hier lang? Nein? Da lang? Auch nicht? Hä? Wo muss ich denn hin? Da unten rein? Wieso bin ich denn dann geklettert? Nee, die Tür hab ich eingeschlagen. Muss ich hier lang? Nein, hier auch nicht. Ähm. Ja-Spiel? Gut. Da muss ich hin. Ah, ja. Oh, die Püsse. Das hat's jetzt auch vollgebracht. Okay, ich muss da hoch. Wie komm ich denn an dieses kleine Ding da oben? Ja, ich weiß. Erst soll ich hier hochklettern. Ist gut. Das hab ich verstanden. Und wenn ich hier hochgeklettert bin, dann soll ich da rüber. Ist gut. Ist gut. Aber wie komm ich denn da hin? Erzähl mir das mal, Anna. Nee. Also so nicht. Kannst du nicht hier in dem Stäbchen hochklettern? So bitte? Ein bisschen? Ja, das hast du gut gemacht. Wow. Ich bin stolz auf dich, Mädchen. Nein. Okay, so wird das nix. Hier vielleicht? Hm? Ah. Nein. So auch nicht. Ja, so könnte es klappen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss da oben an das Stäbchen dran, oder was? Wie soll ich denn da oben drankommen? Bitte. Ich hab ne Idee. Ich wette, die Idee ist falsch. So wie ich mich kenne, ist sie definitiv falsch, aber. Ja, du willst nicht weiter hochklettern, ne? Das ist für dich kacke von dir. Weil ich jetzt gern gehabt, dass du weiter hochkletterst. Weil dann hättest du dich da festhalten können. Mann! Meine Fresse, Mädchen. Nicht lustig. Kannst du bitte mal auf dieses Fass... Auf dieses Fass... Fassmädchen... Fassmädchen... Nein. Ja. Nein. Ja, schon eher. Okay, nein. Das willst du nicht. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen, meine Fresse? Hier ist nix. Da ist... Wie soll ich denn da in das Stäbchen da oben kommen? What the fuck? Fällt sich hier auch nirgends fest? Nirgends. Meine Hüte. Komm, kletter hoch. Spring hier rüber. Halt dich fest. Da komm. Wie soll ich dich denn da rüberbringen? Da ist doch schon wieder der Boden und... Da ist ein Feuerlöscher. Super. Nimm mir Feuerlöscher mit und mach ihn kaputt. Keine Ahnung. An das da... An das da. An dem da möchtest du dich auch nicht festhalten. Das ist meine einzige Idee, dass du dich festhältst und dann rüberkletterst. Aber du hältst dich ja nicht fest. Wie willst du denn bitte da rüberkommen? Warum wackelt es die ganze Zeit so? Was ist los? Das ist ein Gebäude. Es soll aufhören zu wackeln. Wie soll ich dich denn da hochkriegen? Oh, jetzt hör auf zu wackeln, Gebäude. Das irritiert voll. Ja, so kriege ich dich definitiv da hoch. Oh Gott, du hast dich doch festgehalten. Ich bin begeistert. Ich glaub's nicht. Ja, komm rein. Ach, du musst dich drucken. Okay. Aha. Schön. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Da nicht. Wahrscheinlich muss ich da hoch und dann durch ein Fenster oder so ein Scheiß. Oder hier rüber irgendwie. Ja klar, da rüber. War logisch, ne? War anzunehmen. Lass mich raten, du kannst da nicht hochspringen. Kannst du dich festhalten? Nein. Nein, kannst du nicht? Nee, kannst du nicht. Okay. Scheiße. Äh, okay. Aber ich kann mich auch nochmal umgucken. Also von da komm ich, von da komm ich. Da ist auch nichts mehr. Ich möchte da hoch. Aber ich weiß nicht wie. Gut. Ja. Ja. Wirst du nicht so viel hier hochrennen, ne? Schade. Wie komm ich denn da hoch? Wenn da einfach springen ist nicht, ne? Nee. Da hast du keinen Bock drauf. Das sollte ich am besten nicht anfassen. So. Jetzt sind wir hier. Okay. Wie komm ich jetzt da rüber? Gar nicht, wa? Hm. Okay, ich muss da rüber. Wie komm ich heute? Das reicht... Da reicht's doch auch nicht, oder? Was ist, wenn ich da irgendwie hochkomme? Irgendwie mit Ü. Vor allen Dingen. Nein. Wieso ich dich denn da hochbringen? Kleiner. Du. Mach mir das Leben doch nicht schwerer, als es ist. Stößt dir dein Köpfchen doch nicht. Wenn ich da dran fasse, bin ich tot, richtig? Ich will's gar nicht ausprobieren. Äh. Wobei sehe ich einfach irgendwas? Okay, die im Fenster entschlagen. Bitte. Nein. Kann ich eigentlich geduckt springen? Nein. Schade. Hm. Wie komm ich denn da hoch? Verdammt! Leck mich doch, Spiel. Wo soll ich hin? Nein. Das war die falsche Taste. Darüber. Also hab ich recht. Ich muss da hoch. Wie komm ich denn da hoch? Mann. Ich würde ja sagen, hier drückt hier ein Walljump wieder. Aber Madame ist sich zu fein für einen Walljump. Will sie nicht. Findet sie nicht so angenehm. Sie ist selbst zu fein, sich da festzuhalten. Sie stößt sich lieber das Köpfchen. Fünfmal! Einzige Möglichkeit ist, dass ich hier irgendwie hochkomme. Aber wie soll ich bitte da hochkommen? Das ergibt auch keinen Sinn. Von da komm ich da auch nicht rüber. Oder hab ich irgendwas übersehen? Ich meine, das ist nichts Neues, dass ich was übersehe, ne? Also, das wäre jetzt keine Neuerung. Ey, komm gerade eben, bist du da auch hoch? Springen, halt dich fest. Dann komm mal. So, hier bin ich. Aber wie komm ich denn da rüber? Gar nicht. Ich glaube, ich brauche mittlerweile zu viel Zeit. Ja, ich weiß, dass ich weiter runter muss. Das ist nur ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Danke für den Tipp. Oh. Gegen den Zaun laufe bin ich tot. Ich bin nicht gegen den Zaun laufe. Wie komme ich denn da hoch? Verdammt. Kann man mir mal einen Tipp geben? Bitte? Ja, leg dich auf die Fresse. Was ich auch immer gerade versucht habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, leg dich auf die Fresse, wie gesagt. Das kannst du wenigstens, ne? Ich würde ja hier so hoch wollen, aber die will ja auch hier keinen Dingsjump machen. Mädchen, was möchtest du überhaupt, ne? Gar nichts möchtest du, richtig? Genau. Hä, komm schon. Wie soll ich denn da hoch? Das ist nicht mehr lustig. Hallo. Hallo. Ich habe keine Lust mehr. Nachzudenken. Das ist bestimmt so einfach. Wahrscheinlich will ich einfach nur hier Fenster entschlangen oder so ein Scheiß. Und ich kriege es einfach nur nicht auf die Reihe. Hier. So, Fenster entschlangen oder so. Keine Ahnung. Schick doch das Fenster ein, Mann. Wie komme ich denn da rüber? Ich meine, wenn ich dagegen laufe, bin ich tot, richtig? Nein, wenn ich nicht? Nein, wenn ich darüber will, bin ich tot. Okay. Bin ich tot, wenn ich dagegen laufe, ja? Dagegen springen sollte ich aber auch nicht anscheinend. Kannst du nicht einfach hier hochklettern? Hier? Da? So? Nein? Ach, Gottchen. Leute, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich weiß, wie ich da rüberkomme. Möste hin. Schöne Aussicht übrigens. Ciao, ciao.